herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf trendinvestment mein name ist dr michael gräf und ich zeige euch heute meine acht spookiesten investments ja ganz im sinne von halloween welche unternehmen haben uns dieses jahr wirklich komplett den kopf verdreht ja wo wir uns immer gedanken darüber gemacht haben das schauen wir uns jetzt an los geht's ja halloween steht vor der tür und natürlich drängt sich die frage auf was machen wir zu halloween was besonderes und ich habe überlegt wir schauen uns heute mal ein paar aktien an die wirklich was ganz besonderes dieses jahr gewesen sind es gab ja einige doch dabei deswegen fiel mir die auswahl gar nicht so einfach aber ich habe auch versucht mal so ein bisschen unterschiede dann hervorzuzeigen ja ein paar aktien die extrem gut gelaufen sind ein paar aktien wo man sich einfach nur die haare raufen kann wie schlecht es da eigentlich gewesen ist wenn man das ganze dann im vergleich zum gesamtmarkt sieht also es wird auf jeden fall spannend und wir schauen uns das einfach jetzt direkt im browser an welche aktien ich herausgesucht habe und da haben wir auf platz nummer eins erstmal ganz klassisch amazon was ist denn los ja wir haben pandemie alle shoppen at home eigentlich müsste die aktie durch die decke gehen ja wir hatten zwar letztes jahr einiges an kursbewegung schon gesehen ja schöne kurssteigerungen gerade am anfang der corona zeit aber seit einem jahr tot ja seit einem jahr komplett flatline in amazon wie kann das eigentlich sein ja auf jeden fall schon mal sehr spooky im negativen sinne dass wir hier bei dem large cap doch wirklich gar keine kursbewegung mehr dieses jahr gesehen haben natürlich hoffe ich da an der stelle dass es dann eventuell im nächsten jahr das ganze dann noch nachgeholt wird ja so dann auf platz nummer zwei ich habe das auch versucht so ein bisschen nach intensität sozusagen zu ordnen auf platz nummer zwei kommt ein spec da werden wahrscheinlich noch so 1 2 mehr in der liste drin sein aber der spec besonders spooky weil es sich hierbei und einen quantum computing spec handelt ja also der spec ist im bereich des quanten computers unterwegs ja ein ein forschendes unternehmen sozusagen die da versuchen anwendungen drauf zu finden aber was aus meiner sicht dieses investment so spooky macht ist wo sind die anwendungsgebiete wie wird das dann in zukunft wirklich vermarktet werden können und wann überhaupt ja wann wird man soweit sein dass das wirklich zukunftsreich ist dass da man wirklich produkte daraus entwickeln kann auf jeden fall sehr spooky das investment an der stelle ja ein bisschen spooky als amazon weil amazon war ja nur flach so spooky war das ja nicht aber spooky dass es so schlecht gelaufen ist so auf platz nummer drei kommen wir zu einem zu einer wirklichen zu einem wirklichen zu einem wirklichen kopf verdreher wir hatten eine ipo gesehen von ai ja das ist c3 ai ein künstliches intelligenzunternehmen aus den usa was an die börse gekommen ist dieses jahr und ihr seht es am chart ja fulminante börsenrallye im hoch bis auf 180 dollar gestiegen bewertungen egal ja das das ist ai in der zukunft wird das so stark wachsen da kommen wir schon rein das tesla 2.0 sozusagen ja und dann große enttäuschung ai hat erste zahlen vorgelegt ja die investoren waren ein wenig überrascht dass dann doch nicht so viel wachstum bei c3 ai am ende da gewesen ist und dann mega spooky von 180 dollar auf jetzt nur noch 45 und das in einem unternehmen was wirklich sehr zukunftsausgerichtet ist mit der ganzen künstliche intelligenzgeschichte ja also auf jeden fall ein super spookies investment und ich traue mich an der stelle immer noch nicht einzusteigen weil die bewertung immer noch recht hoch ist ja obwohl wir jetzt auf 4,5 Milliarden dollar abgefallen sind aber umsätze sind halt noch nicht so da und die historie gibt es jetzt halt auch noch nicht so dass man da schöne projektionen machen kann vor allem weil sie jetzt auch schon mal in den umsetzen enttäuscht haben deswegen auf jeden fall super spookies investment wer hier zugegriffen hat herzlichen glückwunsch ja ich drücke euch auf jeden fall die daumen aber ja ich traue mich an der stelle selbst immer noch nicht so dann auf platz nummer 4 hätten wir einen ja spec auch wieder einen super neuen spec der ja ich weiß es gerade gar nicht ich muss mal schauen am 30 september erst an die börse gekommen ist also wirklich noch ganz frisch und dann eine bekanntgabe gemacht habe und zwar dass sie mit dem trump multimedia konzern mergen wollen ja und dann sind ja alle komplett durchgedreht ja also das war spec euphorie 2.0 wie wir es nur aus sowas wie nicola gesehen haben in der spitze bis auf 175 dollar gestiegen mega spooky ja richtige momentum rakete jetzt so langsam kommen wir wieder in etwas niedrige oder flachere gewässer kann man auch sagen aber war für meinen geschmack viel zu explosiv viel zu heiß gehandelt und dafür dass da hinter der firma so gut wie gar nichts im moment steht mega spookies investment also noch eine schippe drauf auf jeden fall dann platz nummer 5 geht an quantum scape der ursprungsexplosion spec kann man fast sagen quantum scape die machen feststoff batterien ja das ist die das ist die zukunft ja vw ist hier groß mit dabei bill gates bill gates ist in dem unternehmen mit dabei ja und deswegen haben sie auch eine extrem krasse kursrally hingelegt ein bisschen der spitze bis auf 132 dollar für den spec ist das natürlich extrem extrem krass weil sie ja bei 10 dollar starten das heißt innerhalb von ein paar wochen haben sie sich hier verzehnfacht aber ihr seht schon kommen ja die feststoff batterie braucht einfach noch ein bisschen bis sie dann wirklich eingebaut werden kann obwohl jetzt zuletzt wirklich mal ein paar gute nachrichten rausgekommen sind wo ein unabhängiges research team nochmal diese robustheit der batterie bestätigt hat deswegen sehen wir jetzt hier auch eine kleine eine kleine rallye im letzten am letzten freitag also eventuell wird wird so langsam jetzt auch mal ganz interessant da zu investieren aber ihr seht schon mega spookies investment gerade zur anfangszeit ich hoffe da haben sich nicht zu viele zu den arg arg hohen kursen eingekauft mittlerweile jetzt bei 28 dollar 9 und 94 schon ein bisschen bisschen moderater auf jeden fall aber mega spooky ja wer weiß ob das mit der feststoff batterie am ende wirklich so funktioniert dass sie skalieren können das ist alles noch offen es ist da noch nichts in stein gemeißelt und hier wird auch hier wird ins blaue auch wieder investiert ja also es muss alles funktionieren damit das am ende wirklich gut laufen kann bei quantum scape dann haben wir auf platz nummer 6 Tesla ja wer hat es gedacht Tesla die kursrakete schlechthin und Bewertungen die wirklich schon ad absurdum gehen genau so war das sprichwort ja und trotzdem die Leute die Leute schütten einfach Tesla mit Geld zu jede positive Nachricht die Tesla rausbringt hier mal wieder ein paar Zahlen geschlagen hier ein paar mehr Autos ausgeliefert neue Batterietechnik ja und die Bewertungen steigen und steigen und steigen und ich weiß nicht wie die Leute hier immer noch in diese steigende Kurve hinein in diese steigenden Preise immer noch weiter da hinein kaufen ja das das teuerste Unternehmen Autounternehmen der Welt mittlerweile über eine Trillion Dollar also die US amerikanischen Trillionen super spooky also ich ich traue mich das wirklich nicht anzufassen super spookiest Investment wirklich hier ein sehr hohes Level an Spookiness würde ich fast sagen und ja mal sehen wenn die Bewertungen einigermaßen zurückkommen sollten in Zukunft ja wenn auch mal schlechte Nachrichten kommen weil es gibt nicht immer noch gute Nachrichten vor allem auch in der Automobilbranche so Thema Unfälle und sowas hat die Tesla Kurs ja immer mal wieder unter Druck gebracht bin gespannt wie das hier in Zukunft weiter läuft aber wenn es gut für euch läuft ich freue mich total für euch ja aber für mich ist das einfach viel zu spooky viel zu spooky und dann natürlich auf Platz Nummer 7 kommt der Bitcoin ja wer hätte es gedacht ja Bitcoin immer immer mal wieder himmelhoch jauchzend und danach der große Verfall ja Bitcoin wird sterben China hat es gebannt ja es gibt auch eine richtige Achterbahnfahrt dieses Jahr was in Bitcoin eigentlich so los gewesen ist ja ihr könnt euch noch an die Euphorie erinnern im Januar wo es dann langsam auf die 65.000 Dollar zuging und danach ging es dann los dass China das Ganze gebannt hat der Kurs ist wieder zurückgecrasht auf 29.000 Dollar im Tief ja und alle dachten oh mein Gott das war die Rally das war die Rally ich habe alles verpasst und jetzt geht alles wieder runter minus 80% oh mein Gott wo ist mein Vermögen hin aber nein Bitcoin dreht wieder rum geht wieder um Hashraten wieder fast wie vor dem China-Bahn also es ist wirklich ein Hin und Her im Bitcoin negative Nachrichten sowie positive Nachrichten dann haben wir auch immer noch so Celebrities die dann auch die Kurse beeinflussen können wie Elon Musk der natürlich immer über seine Energie-Tweets und Bitcoin dann hier auch für Furore nochmal sorgt die ganze Tesla-Geschichte mal außen vor gelassen wo sie dann Bitcoin gekauft haben und das als Zahlungsmittel akzeptieren und dann oh doch nicht als Zahlungsmittel akzeptieren das war ja auch alles dieses Jahr gewesen also mega mega spooky das Investment und ich habe das auch alles schon abgeschrieben ich gucke mir das auch gar nicht mehr an was da alles so los geht weil ich ja auch einfach langfristig von profitieren möchte aber ich finde Bitcoin hier an der Stelle wirklich mein spookiestes Investment und natürlich der unangefochtene Spitzenreiter an den spookiesten Investments dieses Jahr geht an GME ja die GameStop Aktie die im Januar wirklich alle Rekorde gebrochen hat die Medienlandschaft hat es umgewühlt ja es gab Diskussionen in der Politik in den USA ob man nicht was an den Reglements enden soll also wirklich super spooky was hier gelaufen ist in GameStop vor allem dass sich dann auch nochmal so ein Rattenschwanz dann gebildet hat mit das Robinhood zum Beispiel ein großer Broker aus den USA wirklich hier in die Bredouille gekommen ist eventuell sogar hätte in die Insolvenz rutschen können wegen diesem Desaster weil sie Geld vorhalten hätten müssen was sie sie zu dem Zeitpunkt wohl nicht gehabt haben sich schnell besorgen mussten ich denke hatten wirklich viele Leute relativ viel Angst in der Zeit um ihr Investment wenn sie da mitgezockt haben ja anders kann man es ja gar nicht beschreiben ja es war wir gegen die ja wir gegen die Wall Street dieses Momentum was da sich gebildet hat wirklich super super spooky würde mich natürlich auch interessieren ob ihr da mit an Bord gewesen seid so und jetzt ist natürlich gefragt was ist bei euch im Depot los gewesen was war euer spookiest Investment schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare es ist Halloween Abend ich brauche noch ein bisschen was zum zum Angst einjagen deswegen ich freue mich auf jeden Fall was ihr da zu berichten habt ja und natürlich wie immer wenn euch das Video gefallen hat dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da ich freue mich immer riesig wenn unsere Community weiter wächst und ja wir werden auf jeden Fall weitere Videos produzieren könnt ihr hier oben rechts mal reinschauen weitere Aktienanalysen und hier unten rechts natürlich weitere ETFs für euer perfektes Portfolio macht's gut und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal